Jetzt kommt schon von hinten eine Rakete in den Auspuff geschoben. Ah, da war einer. Nach hinten kommen welche. So. Warum? Mein Maik noch über den Kopf geschossen. Sorry. Jetzt hat er mich noch mit der Nate. Ne, ein Panzer? Schon wieder ein komischer Typ, den ich nicht aussprechen kann. Ich habe mich mit der Nate weggenommen. Komm schon. Vielleicht habe ich nachher zurückkommen, dass ich dann ein Stockfight-Modul herunterladen kann. Und ich glaube es zwar nicht, weil die haben es erst auf dem Mittag angesetzt, also morgen angesetzt. Jetzt haben wir schon Mittag in den USA. Das ist brutal überlegt, was sie jetzt für Zeitverschiebung haben. Die haben jetzt erst Mittag, wir gehen jetzt gleich pennen. Damit ich morgen früh wieder arbeiten kann. Dann gehen die erst ins Bett. Oder schlafen schon. Übel. Das ist groß. Das ist einfach. Ah, Mann. Ich weiß, es ist einfach nur die Welt. Weil hier einfach so gigantisch groß ist. Aber ich finde es einfach... Wenn man so nachdenkt, dass wir hier warten, dass die da drüben was schaffen. Und dass... Damit wir spielen können. Das ist ja genauso mit Planetzeit eigentlich. Die sind auch... Die selber stehen ja auch in Amerika drüben. Und wir warten, bis die da drüben... Eigentlich was hinbekommen, damit wir hier zocken können. Und das ist jetzt hier... Eher kontraproduktiv gerade gewesen, was das für ein Bug war wieder. Juhu, einen erwischt. Ich habe ja noch ein bisschen Munition. Muss wohl noch ein bisschen machen. Boah, ist das jetzt wieder ein Bug oder was? Also ich habe einen Bug gefunden. Wer ihn noch nicht kennt, jetzt weiß er... Man kann nicht zählen, wenn... Wenn der jetzt genauso scheiße ist. Gut, da ist keiner mehr. Weg mit dir. Oh, Gott, das sind ein paar so viele gewesen. Und alle mit der scheiß Mini-Chain-Gang. Ich glaube, die sind ein bisschen OP. Und die haben uns aus Sandis weggemacht. Das war ein Ding haben natürlich auch keine. Ich gucke mal, dass ich ein neuer Sandi ranbringe. Weil sonst wäre das hier drüben nicht lange halten. Haben wir Alarm eigentlich? Nein. Da ist ein Beamer. Nein, da ist kein Beamer. Da ist die Beamer. So. Wurde ich eigentlich eben schon holen. Das ist dann wieder so irgendetwas, aber... Da haben sie uns ja... Schön die Schnatte poliert. Und da ist eine Skyguard. Shit. Da komme ich mit meinem Sandi auch nicht großartig weiter. Hm. Ich probier's. Was? Oh, kein Flash. Auto. Ich hab doch eigentlich Sandi auch mal. Gut, dann nehmen wir doch den Flash. Und fahrt ein bisschen aus. So. Mein Goldner Schneemann ist immer noch drauf. Wir haben jetzt schon Juli. Könnte ich jetzt einfach mal langsam wegpacken. Eigentlich. Boah, kriegen die hier fett? Wie lange ich kein Fett kriege von denen ist das egal. Haben die mich gesehen? Ich glaube nicht. Jetzt kommt schon von hinten eine Rakete in den Auspuff geschoben. Boah. Treffer. Sandi weg? Sandi weg. Nein, Sandi ist nicht weg. Sandi ist gleich weg. Ja, fahren hinterher. Oh, fuck's nieder. Schnell auf meinen Flash. Oh, das hat sich doch gelohnt, dass ich den Flash hier geholt habe. Keine Gäbeln hinten ein bisschen ansneaken. Oh oh. Hören wir lieber eine Handgranate. Was machst du da unten? Ich... Ich brauch ne erhöhte Phosie. Wie ist meins... Wie sieht der Berg da aus? Der Berg sieht gut aus. So. Gut. Du bleibst hier unten schön. Wartest auf mich, mein Flashy. Und ich... Schieb den von der Seite ein paar Raketen rein. Wenn ich sie irgendwo aufbaut bekomme. Natürlich nur... Was hier sehr scheiße aussieht. Ich brauche noch eine Hütte. Ach. Sie positioniert gut. Wir pushen gerade. Hm. Sie positioniert eher weniger gut. Ah. Fast. Da ist noch einer gelaufen. Da ist der Sandi. Dann fällt man schon an. Mann. Der Sandi ist weg. So. Sind es meine? Ich vermute es mal. Also... Flash rollen. Wieder Vorrückung. So unterstützt man seine Teamkameraden. Gibt man schweren Feuerschutz. Leider zu spät. Sonst hätte ich noch ein bisschen Assist was er gekriegt. Aber... Naja. Was willst du machen? Ich rücke halt noch ein Stückchen vor. Ein bisschen von der Seite ran. Direkt nach vorne. Da kann ich sie nicht nehmen mit meinem... Ich habe das einzelne... Inji. Ich gucke, dass ich so eine Seite weggesneakt kriege. Ein bisschen Verwirrung in ihrem Panzerstall kriege. Boah, guck da. Seht doch mal ein bisschen was aus. Siehst du? So macht man das. Oh oh. Und Brauler weg. Ja, so gefällt mir das doch viel, viel besser. Da vorne ist noch einer. Und weg. Boah, Mann. Da haben sie halt dabei keine Schnitte. Wo war'n da? Ja, auch weg. Da ist wieder einer. Ah, nur... Aber letzt... Das ist nichts. Das kann nichts. Da noch einmal einen Schuss hin. Ah. Ah, mein Team formiert sich gerade um mir. So. Gut, Brauler. Ah ne, nur Lightning. So. Da ist sauber. So, oben sitzt einer drin. Da ist einer drin. Boah, ist denn das da hinten? Nichts. Da war nichts. Okay. Habe gedacht, ich habe was gesehen. Aber die Raketen sind so geil. Oh oh. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Ja, gut. Ich habe aber einen von meinen auch mitgenommen. Shit. Ich wollte eigentlich den Typ hier haben. Ähm. Ähm. Sorry, Jungs, ne? Oh oh. Sanderer XP. Hä, ist überhaupt nicht ein Sanderer angeschossen? Das wären wir jetzt auch, ne? Dass ich einen Sanderer angeschossen habe. Oh. Da kann ich jetzt nicht reinhalten. Aber ich kann diesen Typ schon mal einen reinschicken. Was kommt hoch? Kommt er den Berg hoch? Bowler Assist. Was kommt jetzt? Nächster Bowler. Der kriegt immer... Aber die kriegen gleich alles so auf die Fresse. Ja, der ist auch gleich weg. Selbst mit Auto-Web. Oh Gott. Schön in den Sand gehauen. Fast. Ich krieg den hintern weg. Krieg ich ihn nicht. Nein. Bowler Assist. Ja, gut. Es gibt Punkte. Der ist tot. Ich muss mal aufpassen, wo sich da die Männchen bewegen. Ich weiß nicht, ob da ein Schutzschilder vor ist. Normalerweise haben diese Stationen Schutzschilder. Ah, erwischt habe ich dich, mein Freund. Hier, meine Raketenwerfer-Dingens kommst du nicht rum. Alter! Du bist ein kleiner Penner gewesen. Weißt du das? Jetzt. Fraser.